hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist einer dieser wunderschönen batterien dran ich würde mal sagen wir fangen oben an mit den ja kann ich nicht aussprechen wützer oder so ähnlich jede batterie hat 980 gramm einem 100 schuss und ist in f3 25 mm kaliber und preislich liegt er hier zwischen 50 und 80 euro je nachdem woher ihr sie bekommt ihr wisst einige shops haben preise angehoben und ja da würde ich sagen gehen wir mal raus zur zündung der wozu haben wir jetzt hier noch die ist keine ahnung zauberer so wenn sind wir jetzt voll voll die Witzel die Witzel die Witzel die Witzel